Heute gehe ich in die Schule und singe was mit meiner Freundin und dafür hole ich erstmal noch Autogramm. Ich habe hier Autogramm dabei, hier wartet, von mir für Fußball, als Wurfspieler, manche habe ich schon fertig, manche auch nicht. Das habe ich auch fertig, aber ich darf es jetzt noch nicht so nah zeigen, weil du musst es erstmal haben, wie ich es hab. Also Leute, ich mache das mal schnell fertig, aber jetzt mal sagen, bis gleich. Okay Leute, die Hälfte habe ich schon fertig, hinten muss ich noch was draufschreiben. Äh, 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 so. Scheiße. So Leute, das wird jetzt endlich kommen und mein Shop, da muss ich auch mal da reingucken, da kommt, dann kriegt ihr auch ein Autogramm, aber nicht nur das hier, das ist von Fußball. Ich grüße alle Leute, die bei der Baruchschule sind. Da gehe ich heute hin. Ich war da schon eben, aber jetzt, also heute Mittag, da mussten wir dann, also wir haben erstmal geprobt, ein Lied so. Wir haben ein ganzes Unseln gemacht, Paul und Ali und so, ähm, Abdul, Frederik. Wir haben ein ganzes Unseln gemacht, da sind wir überall, da waren sehr viele Stühle, wir sind eine da, Stuhl, einmal da, einmal da hinten, überall viele Stühle. So, der ist schon wieder fertig, dann geht's ab, noch eine zu holen. Leute, ich hab hier einen Platz hier, ich mach die Karte selber, also. So, kommt hier auf der Dach da hin und dann schneid ich die noch aus. So. So, dann schreib ich's jetzt erstmal hier drauf. Hier. So, das war natürlich das hier. Da oben dürft ihr eh nicht gucken. Guckt hier oben, da schreib ich mal was hin, vom Fußball. So. So. Und dann mal hier drauf, dann kommt das hier. Warte, das muss man mal nachgucken. So. So. Aha. Ich hab noch was vergessen. So. Was hätte ich vergessen? Zum Glück habe ich nachgeschaut, sonst hätte ich hier wahrscheinlich anderes bekommen. So. 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 Ich schreibe jetzt erstmal ganz kurz ökker nach. Da sind die ganzen Sachen. Da sind die Stifte. Das ist so ein Gulli. Keine Sorge, ich habe da noch meine WhatsApp-Nummer reingeschrieben. Das ist so ein Gulli. Damit schreibe ich so meinen Namen oder so. So andere Sachen so noch. Da fülle ich immer meinen Namen. Und dann damit, da mache ich... Okay, da ist ein bisschen Deko. Damit schneide ich die Videos. Nein, Spaß. Damit schneide ich das hier. Ich geh mal kurz noch einen. Und ich glaube, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also ein bisschen längeres. Ich glaube schon lang. Und ich würde mal sagen... Ciao!